Äh, wartet, wartet, da fällt mir ein Witz ein. Also, bei den Levis stirbt der Großvater. Er liegt auf dem Sofa und macht seine letzten Atemziege. Er hört das Bengel und ruft, Enkelchen, komm zu mir. Geh zur Großmutter in die Küche, die brät er den gefielten Fisch und er riecht so wunderbar. Sag jedoch, dass er mir ein Stickel bringt. Kommt der kleine Vieh mal zurück und sagt, weißt du, die Babuschka sagt, es ist vier später. Haben Sie verstanden? Haben Sie jetzt verstanden? Wie ihr lacht?